Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den nun 2.11.2023 und unser DAX muss hier ordentlich den Kopf jetzt runterziehen, die Bären, da kommt jetzt bullige Kraft von rechts, links, hinten, überall, kommt sein Angerannt und drückt hier nach oben, so wahrscheinlich erstmal den Kopf runternehmen, damit er sich hier nicht verletzt oder an die Bäume hochgetrieben wird. Wir hatten gestern gesagt, dass der DAX erstmal ganz gut da steht, auch gut und gerne noch weiter treiben kann in die 949 rein, auch 15, wir haben hier oben gesagt, grüne Linie, so 15.50, das ist tief hier hinten, das liegt glaube ich bei 15.100, ob ich das jetzt so richtig sehe, ja 15.100 rum, also 15.50 bis 15.100, das wäre eigentlich ein schöner Zielbereich, auch für den Donnerstag, nur dass ihr es mal gehört habt, die obere Kante liegt ja sogar bei 2.50, wäre ja theoretisch auch erreichbar, wenn er durch die 15.50, 15.100 durchsteigt. Ich muss auch sagen, dass momentan mit unterschiedlichster Motivation hier auch die Leute sich ganz schön doll wieder Shorts rechtfertigen, haben wir jetzt auch wieder einige dabei gehabt, die mit den unterschiedlichsten Begründungen eigentlich auch sich dann wieder dagegenstellen und wenn ihr sowas aber seht, dass der runterkommt, dass er irgendwie so einen kleinen Rücklauf bringt, dann drückt sich dann dynamischer wieder hoch, dann solltet ihr auf jeden Fall in dem Moment kurz umklacken und vielleicht noch ein paar Punkte long suchen. Wir hatten hier unten eigentlich auch eine schöne Situation im Chart, nur dass man es vielleicht mal durchgesprochen hat, so rein von der Theorie her, guckt mal, wir hatten hier zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen, ja, also theoretisch hätte das auch als A dann dieses komische, wo ich immer gesagt habe, das sieht so komisch aus hier, das wäre als überschießende B dann durchgegangen und dann hier nochmal die C-Welle raus. Klar kann die C-Welle jetzt auch länger werden, das kann sogar immer noch so vom Muster her eingehen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit hatten wir in dem Moment, wo er hier die 900 nach unten angezogen hat, der hat das schon getriggert, der hat das angenommen und dann aber die 800, die 67 nicht nach unten verteidigt und das war glaube ich gestern 800, 67 haben wir gesagt, die müsse er nach unten eben umklappen, um hier die Verkeilung, bärische Verkeilung und so weiter in Gang zu bringen, um hier eben wegzutreten und das hat er nicht getan, er hat die 800 verteidigt und dann eben dynamische wieder nach oben angezogen und da immer vorsichtig sein, wenn das die nächsten Tage kommt, das kann nach oben immer mehr Platz rausöffnen. Wie gesagt, die 1550, 15100 ist jetzt die nächste direkte Anlaufkandidat, der kann auch gut und gerne nochmal bis 900 runtertreiben und danach hier oben ranlaufen oder macht das mal einen richtigen Reiber hier und haut sich oben in die 15250 rein. Denkt auch ein bisschen dran, Oktober ist jetzt vorbei, ja, Oktober, September, August, sagt man immer so, sind die schwachen Börsenmonate im Jahr, es sind auch die, die viele bullische Statistiken eher ins Negative treten, er kennt das auch von meinen Freitagsregeln, zum Beispiel, da haben wir auch immer gesagt, ich glaube, so sinngemäß, sechs Freitage sind grün, drei gehen zur Seite, einer geht nach unten, unterm Strich, habt ihr das gemerkt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen hatten wir eher die Freitage, die eben nach unten rausgetreten haben oder zur Seite eben gelaufen sind. Aufs Jahr betrachtet darf man dann also die nächsten Wochen wahrscheinlich eher mehr wieder erwarten, dass auch die Freitage nicht mehr die ganze Wochenergebnisse ins Minus und in den Dreck ziehen, sondern eher nach oben nochmal pushen oder halten zumindest das Wochenergebnis. Da sollte man sich jetzt wirklich ein bisschen drauf einstellen. Kommen wir jetzt wieder ein positiveres Börsenfenster? Ich glaube noch nicht, dass das unbedingt jetzt hier schon das letzte Tief gewesen sein muss, aber ich würde mich definitiv, solange ich so ein Verhalten sehe, wie das, was wir jetzt am Mittwoch hatten, dass er da unten zurückfedert und er fängt dann dynamischer an, wieder nach oben zu ziehen, er würde sich immer long gehen dann halt, ne, und insbesondere dann auch, wenn die Trends hier nach oben wieder aufbrechen, aber ganz so weit ist es noch nicht rein. Formal ist ja der Abwärtstrend erstmal noch intakt, ne, das heißt, wir haben auch von 1550, 15100 sogar, so gesehen, eine Short-Chance nach unten, ja, also wenn der das gut annimmt, der kann gut und gerne bis 900, der dürfte aber auch bis 800 direkt von da oben nach unten durchschieben. Ja, das muss man so auch erwähnt haben. Ähm, tut er das aber nicht, ist 250 darüber die nächste Station, sollte man auch mit im Kopf beitern, ne, so 230 bis 250. Ja, das soweit das Bild, ansonsten haben wir unterhalb jetzt Support im Bereich um 900, unter 900 wird es ein bisschen bröckeliger werden, das heißt, ähm, der DAX sich nochmal Platz bis 800 schaffen und, ähm, Abbruchbedingungen bleibt hier weiter so ein Unterbieten von 867, wenn die nach unten umklappt, sehe ich auch das Gap hier nochmal in den Kloß reingehen, solange das aber auch nicht passiert, würde ich mich nicht mit zu viel Short-Kraft oder mit zu viel Gewalt jetzt gegen die Bewegungen stellen, wir haben ja, wie gesagt, einen Abwärtstrendbruch drin gehabt, aber wenn der jetzt aufdreht, spricht auch wirklich nichts dagegen, wenn der hier erstmal noch so weitermacht, 1550, 15100 anläuft, das wird für mich so die spannendste Stelle hier eigentlich, weil ich glaube, wenn der da durchgeht, dann geht er auch auf die 250 und dann guckt er auch mal aus im Trend hier raus, von daher dürfte das, das ist wahrscheinlich der entscheidende Bereich jetzt werden, ne, ähm, jedenfalls auch am Donnerstag schon angelaufen werden, gucken wir uns mal genau an dann. Ja, Punkt, Punktende aus, das war's. Tagesschart wollten wir noch reingucken, Allzeithoch, Allzeithoch, so ein bisschen weiter hoch, ja. Ah, okay, das war hier oben, das heißt, wir haben Abwärtstrend die Linie betrachtet, die nächste ist dann, ach, das ist noch eine ganze Weile hin, das gucken wir uns später an. Jetzt ist hier erstmal noch das mittlere Band, da, es liegt auch im Bereich von 1550, also 1530 liegt das mittlere Band, na, das wird bestimmt interessant zum Donnerstag, das könnte viel hin und her geben, das wird, das wird, das wird, das wird ein spannender Tag, kann ich mir gut vorstellen, das passt. Das ist eine schöne, schöne Ausgangslage hier für einen schönen Handelstag, ja, mit schönen Bewegungen, beiden Seiten, mal gucken, ob er mitspielt. Erst schön, schön oben raus übertreiben, dann unten raus, dann doch wieder hinten raus zurückkommen, das würde hier eigentlich schön reinpassen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß, haben Donnerstag, viel Erfolg, Marken kennt ihr nun, guckt, passt ein bisschen auf, stellt euch nicht mit, handelt schön in den Markt, ne, das, was ihr seht, nehmen, nicht so viel, was ihr wollt, was ihr denkt und irgendwie um die Ecke her leiten, nee, 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 frontal das nehmen, was kommt und dann besser draus machen, ein paar Punkte mitnehmen, nicht zu gierig werden, bisschen was mitnehmen, zufrieden geben, nächsten Tag weitermachen. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, bis morgen, Tschüss. Tschüss.